Hey, Valken, was machst du da? Na was wohl? Ich arbeite an unserer Ausrüstung. Man muss seine Ausrüstung immer auf dem neuesten Stand halten, oder nicht? Ach ja? Wenn ich ehrlich sein soll, finde ich unsere Ausrüstung ganz gut, so wie sie ist. Na schön, das ist deine Meinung, aber egal, denn ich bin so gut wie fertig damit. Moment mal, alles was du sonst gebaut hast, hat doch die Form eines Tieres. Richtig. Ich träume davon, alle ausgestorbenen Tierarten ins Leben zurückzuholen. Und das hier hat auch eine Tierform bekommen, eine, die ich noch nicht verwendet habe. Ich glaube an dich. In der 8. wird dein Traum sicher wahr. Darf ich dir helfen? Danke, gern. Sieh dir das an! Ich hab für den Einsatz eine neue Gasmaske gebaut. Und falls du das Tier nicht erkennst, sie ist einem Pelikan nachempfunden. Echt cool, aber wer soll die bitte aufsetzen? Natürlich jeder, sie funktioniert einwandfrei. Ja, aber im Kampf muss sie schnell und beweglich sein. Das Ding ist zu groß dafür. Ich verstehe. Ja, das leuchtet ein. Hey, deswegen musst du sie doch nicht wegwerfen! Deine Sorge rührt mich, aber sieh mal, sie ist stabil genug gebaut, um das auszuhalten. Hey, bei der nicht übertям ist, sieh mal. Hey, bei der nicht übertrasemble. Okay, bei der nicht übertrappe Answer grande aussieht. Hey, comply geht's und wegwerfen!